Diese Yu-Gi-Oh! Monster sind weird. Normalerweise enden die Angriffs- und Verteidigungspunkte von Monstern in Yu-Gi-Oh! auf 0, 0 oder 50. Doch die Monster von Panic aus dem Yu-Gi-Oh! Anime enden auf komischen Zahlen wie 10 oder 30 oder 80. Obwohl das im Manga gar nicht der Fall ist. Das liegt daran, dass man im Anime unbedingt den Feldpower-Bonus einbauen wollte, wodurch die Monster zunächst geschwächt werden mussten, damit sie nach dem Feldpower-Bonus ihre eigentlichen Werte haben. Um das zu erreichen, musste man sie auf komische Werte wie 1610 zurücksetzen. Abgesehen von Panics-Monstern gibt es mit Schwertarm des Drachen und Utopia Prime gerade mal zwei weitere Monster, auf die das zutrifft.